Tennisliebhaber aufgepasst! Am Flinsberger Platz spielt ihr nicht nur auf eine der schönsten Anlagen Berlins, sondern erlebt auch beim Grunewalder TC Tennis auf höchstem Niveau. Wir haben hier Spieler, Spielerinnen aller Altersklassen, aller Leistungsklassen. Also es geht vom Hobbybereich los. Es geht bis nach oben zur Regionalliga. Viele Mannschaften spielen in der höchsten Liga. Mit seinen 1075 Mitgliedern gehört der Tennisclub aus Grunewald zu den größten Vereinen Ostdeutschlands. Damit noch nicht genug. Seit mehr als sieben Jahrzehnten treffen sich täglich Tennis-Cracks und Tennisbegeisterte in der Klubanlage, um sich sportlich miteinander zu messen und um in der Tennis-Oase vom Alltag abzuschalten. Desto begehrter ist auch das traditionelle Grunewald Open. In diesem Jahr traten viele Spieler und Spielerinnen aus dem Tennisverband Berlin-Brandenburg an. Sogar Akteure aus Sachsen und Hessen zog es nach Grunewald. Die Grunewald Open sind ein deutsches Ranglistenturnier, was wir hier seit einigen Jahren im Verein veranstalten. Im Finale der Frauen standen sich Nadja Meier vom Potsdamer TC Rot-Weiß und Helena Buchwald vom SCC Berlin gegenüber. Für Buchwald war es bereits die zweite Teilnahme an den Grunewald Open. Vor zwei Jahren noch im Halbfinale ausgeschieden, dieses Jahr schon Siegerin des Turniers. Die Akteurin vom SCC entschied den Match-Teilbreak mit 10 zu 6 für sich. Ich bin sehr glücklich, ich freue mich sehr. War mein erster A5-Turniersieg. Anschließend folgte ein weiteres Highlight, das Endspiel der Herren. Hier traf der argentinische Bundesligaspieler Agustin Belotti auf Jason Yannis vom Obermüller TC. Beide Spieler boten den Zuschauern eine spannende Partie, die letztlich der Tennisprofi von LT TX Rot-Weiß mit jeweils 6 zu 1 gewann. Ich liebe es, in Berlin zu spielen. Berlin ist einer der schönsten Orte und es ist eine Ehre für mich, auf diesem Platz hier zu spielen. Auch für Velottis Gegner Jason Yassin hat der Center Court am Flinsberger Platz eine ganz besondere Bedeutung. Die Anlage finde ich wunderschön. Hier hat meine Schwester früher auch ein Turnier gespielt, da habe ich damals hinzugeguckt. Es ist sehr schön hier zu spielen, eine super Atmosphäre, super Plätze, alles super, super Organisation vom Turnier. Hast du Lust bekommen, auch an diesem Turnier teilzunehmen und suchst du nach einem passenden Verein mit einem Ort der Begegnung und des entspannten Zusammenseins? Dann bist du beim Grunewalder Tennis Club genau richtig. Auf der Anlage am Flinsberger Platz ist jeder herzlich willkommen.